So, dann würde ich mal sagen, weiter geht es hier, die wollen wir ansprechen. Hey, hey, I stole it and didn't even have a Pokeball to keep it in. Aha, okay, hat ein Pokeball in der Cloud. So you hit it in an empty house? Hm? Okay, fasziniert. Better was der guten Kampf, aber... Trainer, you know of the move Alley Switch, don't you? Newborn has a special technique through this move. Unlike in other regions, all switch is used with negative priority as a pivot to switch. Or at the end of a turn, other than the beginning. Consider what kind of tactical application this may have. Ich hab nur die Hälfte verstanden. Ahem. Irgendwas mit einem Switch. Ich hab schon bekämpft. This tiny park is like an eye in the storm. Amidst all the black tar of this awful city. I always come here to just feel a little bit better. I know these plants aren't much and maybe they will die someday too. But for now, this is a small service for me. Hier, take this most distance. Okay. Hier haben wir einen kleinen Park. Ich find's den kleinen Park so... Zweimal vier Felder groß. Beeindruckend. There's somebody here. Hm. They appear to have misplaced the present I get for my grandson. This is most unfortunate. Trainer. Should you happen to find it, I shall see to it that you have showed the presents in return. Aha. Okay. I have an present for the one. To the shank. I'm going to be evicated soon, I know it's me. I have made my life as an sailor. but green pier, should stone, and a sweet lake became too acidic, for even boats to cross over. They haven't walked in weeks. auch kein abdachloser arbeitsloser sailor sagt man schiffsmann der dank der übersetzung der meere der übersäuerung vergiftung der meere arbeitslos gewonnen ist ich go down the tracks right outside it'll lead you underneath the obsidia vault too bad part of it caved in okay das tun der engstürzt oh nein ein weiterer trainer i see you walk in the tracks singing you hot but you ain't aha die angst dass jetzt die pokémon ein bisschen trainieren der level 3 ist natürlich die netten einsetzen sollen verdammt nicht austauschen sollen verdammt die juni hier die das pokémon wenn wir langfristig wahrscheinlich die box legen weil ich habe ich habe mal nachgeguckt es hat tatsächlich keine weiterentwicklung wo man anders wenn man das das pokémon finden aber das dann vielleicht auch wieder austauschen pokémon so max warum genau setze ich noch mal dicke ein wenn ich so eine attack habe okay na toll jetzt fängt das ding auch noch na komm wach wieder auf max aufwachen aufwachen so so wer siegt na dann wir haben mal ein kraftwerk können wir irgendwas machen den können wir nicht aufwachen und es ist nächstes für uns das factory es dumps so much pollution into the lake es ist like they are trying to prison pioprisen it kann someone shut this thing down i see shady characters wandering in and out of your every night ok es ist eine fabrik die scheinbar umweltbeschmutzung betreibt die scheinbar umweltbeschmutzung betreibt wir sollen jetzt irgendwie die ausschalten oder wie werden wir hier lang hopp oha wo sind wir hier jetzt hin oi das ist mein haus geht aus das ist ein so ein Tunnel ok ok versuchen wir mal mit jan zu leiten der w8 könnte schon klappen ich muss gleich mal zum zentren damit wir in der sonnenkerne auch mal trainieren können damit das mal ein bisschen ist gut wenn das mal trainiert wird diese verdammten hellenattacken das ist doch oma das war schon immer ein Puppen und Scheiße das hasse ich immer wie ich selbst teilen und ich darf das selbst teilt haben nutzen das ging also das nicht die nervigste ist das in der Pokémon nicht in der Arena sondern in der Pokémon League dann wird das King und wenn der Boss da in einem erinner während der ist doch mit mir einfach ein 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 Trank einsetzt Was erlaubst du dir? Mit Tankensitzen, Gegner. NPCs und Tränke. Ist nicht fair. Fake-out? Okay. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, dass wir den hier besiegt haben. Na komm, du schaffst es, du nie. Na mal, schaut vielleicht bald ich den doch. Mal sehen, was wir noch für Pokémon bekommen. Okay, was ist das? Das sieht suspekt aus. Und da gohn, Schwedernitz. Okay. Wir kommen aber erst mal nicht lang. Das ausschaut. Oha, ein wildes Pokémon. Äh, mit was? Neue Bats. Das muss ein siebte Generations- oder so Pokémon sein. Das sagt mir tatsächlich relativ wenig. Das habe ich noch nicht gesehen. Guckt mir ein bekannt vor. Okay, hier gibt es erst mal nichts zu sehen. Ich werde mal zum Pokémon Center schnell. Ach ja, das Pokémon Center Musik hier finde ich auch großartig. Das ist natürlich kein Vergleich zu der originalen Pokémon Center Musik, die ist wirklich einartig, einmalig und großartig. Aber ja, hat auch was. Kann man machen. Must be new I want here. How do I know? You are dressed too good to be in this part of town. Aha. Und hier ist das Armandviertel, oder wie? Ich werde jetzt noch nicht mehr. Okay, ein Lini-Bank. Nein, du kämpfst nichts. Ich werde erst mal Juni kämpfen. Mit den Leuten kämpfen. Der WC tut mir ein Jahr. Das ist ein bisschen stärker. Aber jetzt gehen wir vielleicht trotzdem hin. Ja, Charme ist jetzt nicht so die Genial-Attacke. Ich habe auch auf Pukowiki gesehen, dass die... ... dass jetzt diese... ... dass Parizu jetzt nicht wirklich die besten Attacken kriegt später. Das ist jetzt, ja, deswegen, wenn wir mal ein anderes Elektro-Bugman finden, ich glaube, Elektro war das, wenn wir mal ein anderes Elektro-Bugman finden, dann können wir das noch tauschen. Ich riske alles. Sehr gut. Coalion-In-Drain, was soll man das ist? Okay. Level 6 ist es jetzt schon. Sehr gut. 3 Level. Nein, komm. Ja, am Anfang ist das noch relativ gut. Gut, dass das Level ansteigen. Wow, Viggy. Raising Pokémon ist so viel Arbeit. Ich wurde diesen Pokémon gegeben, aber keine Ahnung, ich rieche diese blöde Pink-Sink. Ich möchte sehr einfach, dass ein Pokémon einfach etwas einfacher zu verwenden, wie Baibarrel. Kein Baibarrel. Wenn man eine Baibarrel, braucht man ihn für das Ding. Ich habe den 1. Nein, ich habe ihn nicht. Such ein Pay. Ok, hier gibt es wahrscheinlich noch mehr Kämpfe, ich dachte ja, dass sie gegen mich kämpft. Speed or Territorial Bank of Bow? Ich denke nein. Ich muss hier langschuhen. Anders geht es nur, mache ich langschuhen. Nein, du kämpfst nichts. Ich lasse mal Max kämpfen. Und du bist zu weit runter. So, komm. Attacke. Das war sehr effektiv. Sehr schön. Ich hole wieder 7. Und eine neue Attacke. Ich rissiere es einfach mal. Ich werde gleich wieder austauschen. Damit du ein paar Fonds mit abkriegst. Mach's Platz. Na komm, mach's. Noch keine Vergiftung. Das ist gut. Ich meine, wir werden nachts wieder zum Pokemon Center ran. Level 8. sehr schön. So trainiert man seinen schwarzen Mund. Jetzt gehen wir sozusagen in den Slum Bereich der Stadt. mit dem richtigen Interpretierer. Das ist in Hamburg im Viertel. Cordy braucht irgendwo gleich Yumi. Und Max gleich Molly. Aber ist ja in Ordnung. Okay, was ist los hier? Ich habe mit ihr noch nicht geredet. Ich denke, dass dieser Mann mich stöhnt. Er ist nicht. Warte? Er würde nicht nur das machen. Warte? Ich weiß nicht. Die Polizei hat die gesamte Jasper-Warte geschlossen. Wollte jemand mir warum? Ja, da gab's ein Zugunglück. Oha. Eine aus einer Seitengasse. Hey, du Kids. Ein bisschen mehr. So viele Kämpfe hier innerhalb der Stadt. Das gab's noch nie. Oder ist ein Andit. Nee, Level 10 muss ich noch nicht kämpfen. Das müssen wir Max machen. Oh je. Das läuft hier gar nicht gut. Warum setzt er auch zweimal doppelt ein? Ist hier irgendwie ein Trank oder so? Ist eh vorbei. Gut, da soll ich den Pflanzpunkt nicht einsetzen. Wenn der Feuer attacken kann. Ich meine, es sieht aus wie eine Feuerechse. Das ist schon logisch. Und ich setze Feuer ein. Macht Sinn. Oh Gott, ich bin lieber auf eine Seitengasse. Aus der Seitengasse. Schnellstück noch Center. Da oben soll es bitte auch ein Pokémon Center geben, weil hier immer runter zu rennen ist ein bisschen blöd. Das ist in einer großen Stadt, soll es mehrere Pokémon Center geben. Was? Das ist Level 9, sehr schön. Hin und her rennen. Okay, was haben wir hier? Wir sind, sorry, in Englisch ist es zu schlecht. To the Apartments is for tenants only. Aha, Zugang zu den Apartments nur für Bewohner. Und ich war immer auf eine Warte zu den Mariusiusen, jeden Morgen. Aber jetzt, dass die Jasper-Warte geöffnet wurde, ist es nicht mehr, um mich zu gehen. Okay, sie geht jeden Tag beim Wald spazieren, aber der Wald ist jetzt auch gesperrt, deswegen muss sie zuhause bleiben. Die Gangs hier sind mehr violent. Ist etwas passiert? Hey da! Vielleicht irgendetwas im Zusammenhang mit dem Zug für Unglück. Oh ja, die Gangs hier sind heftig. Oh hier, der Pokémon macht. Okay, was kaufen wir hier für meine Oceans? Ist immer sinnvoll. Zehn Stück mal für den Anfang. Und einen Pokéball. Lass mich alleine, ich kaufe etwas. Sie können mich nicht rauskippen, bis ich das mache. Ah ja. Die In-City-Bugel-Mauts. Ich sehe nicht so viel. Ja. Das ist immer hilfreich. Ich habe immer gelesen, um zu schlafen, um zu schlafen, um zu schlafen, um zu schlafen, um zu schlafen. Ich sollte zurück in die Zeit. Die Luftqualität wird höher und höher. Ich werde nur noch lange warten. Okay, ich würde lieber auf ihn rauskippen. Aber die Luft ist schlecht. Dann muss er wusten. Ich werde nur noch fragen, was du wissen? Hey, back off! Unless du bist mit dem Loser. Excuse me. Hey, was der Herr? Get back hier. Tch. Es wird schnell, als er aussieht. Wie war der Problem? Der Mann? Sie haben den Mann gewählt. Ich glaube nicht, du wust etwas von dir. NIEМ ist es. Ich bin der cool Kackin und der Topdok. Sie haben gut getrennt. Ich empfehle mich nicht, dass du mit meinem Geschäft interagieren möchtest. Du bist total klulösisch, damit ich erkläre. Als der Mann sitzt auf der Topf der sozialen Hierarchie, ist es meine Aufgabe, eine Unterschiede zu machen. Das machte mich nicht. Das machte mich nicht. Du hast mich nicht. Du hast mich nicht. So, wie soll ich das, wenn ein low-lifende Loser, wie du, kommt in meinem Weg? Das war die Kupert's responsibility Ich bin hier für den Ausfall bei Grandview Station. Nein, Fehler. Und dankz' zu Ihrem Interrupting, er wurde weg. Gibt's den Film jetzt? Ich glaube nicht, dass du das machst. Nicht gut genug. Gibt's bereit, um dich zu nehmen, denn du bist zu schuld. Okay, Kampf gegen Fern. Das scheint ein wichtiger Charakter zu sein, den wir an der Seitenstraße getroffen haben. Also besonders stark ist er auch nicht. Die Melodie ist bedeutungsvoll. Ich mache natürlich das Sinnvollste. Ich kiffe mit einem Feuer-Pokémon gegen den Platzen-Pokémon. Ach du Scheiße. Level 13. So viel dazu. Ich habe Trinke dabei, aber nicht so viele. Äh, ja. Okay. Vielleicht wenn mein Körper brennt. Ja, sehr schön. Dann ist das ganz Druck und weg. Man kann nur wie ein bisschen Deutsch heißt brennt. Das ist schon mal was wert. Alter, diese Attacken. Das gibt's doch nicht. Sandgarp. Nein, Modi. So wird das doch nichts. Er ist das gerade selbst geheilt. Das ist schon mal was für den Besiegt kriegen. Und der erste Prüfung. Der scheint schon etwas härter zu sein. Power-Stick. Okay. So besiegt's. Nein, geht doch. Der wird zwölf. Der wird zwölf. Der wird erstmal noch weiter zu kämpfen. Ein paar Trinken haben wir noch übrig. Na komm. Heiz du ich. Warum können die so effektiv einsetzen? Die Gegner Pokémon. Ja komm. Mach's gut. So ein letztes Pokémon. Weiter geht's. Wow, let's. Wie ist das nochmal Deutsch? Hab ich vergessen. Siebde Generationspflanzenstarter. Mach's jetzt mit Level 13 der Stärkstun. Aber was soll's. Wir müssen das hier gewinnen. Leveln können wir danach. Ja komm. Ja, das war ein... schon heftigerer Kampf. Bestes Straßenkämpf hier. Zweck Jokery. Ha. Way to get lucky. Max got. 266. For winning. Whatever. I don't have time for this. I've gotta go find that guy and cover for your mistake. Der ist links to alle Berger. We are doing many Gimpftests. No need. Excuse me. Why you ladies were busy. With your little cat fight. I already caught the perl. Reborn city official inspector at your circus. You can know along now. But that's it. Just move along. We're gonna sweep this under the rug like the rest of the shady business that's been going down here. Everyone knows the police don't do a damn thing. Tsss. We've got something to say. Children should listen before they speak. Tokyo and I already took the liberty of having a little chat with our perp. We've learned quite a few things that will be of use to the main folks. The coupons in custody and will be arranging a weight on their little gags. I don't. Just as soon as the paperwork clears. Hmm. The paperwork. That's the... The blue cat here. Ah, that's gonna be the one. I'm afraid there's no room for kids like you to play vigilant. You should go home before someone gets hurt. So they are not working alone but the hideout. I am on the floor. The last minute of a problem they have to do is I'm not going to leave the information on the nearby criminal. I can't really ask you if they are not going to leave the information on the nearby criminal. Ah, ja. Dumbass. Er hat nur gesagt, dass es neben mir ist. Und ich weiß, dass das Schade-Guy sagt etwas über die Facilität. Wenn es nicht dieses Gebäude ist, ich bete es das andere. Smaller als dieses und fenced oft. Er hat es wahrscheinlich über den Weg gebracht. Ich bete das hier. So, hier ist der Plan. Obviamente, das Papierabond ist viel zu lange. So, ich werde etwas tun. Und Sie werden es helfen. Es ist Ihr Fault. Ich habe nicht die Information von der Guy direkt. Natürlich, das ist mein Schultz. Ihr solltet sich selbst versuchen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich bin hier. Ich bin der Held. Ich bin der Held hier. Gute Einschlung. Genie. So, hin und her mal wieder. So, hier waren wir bei dem Gebäude. Das war es noch nicht. Wir sollen nach einem anderen auf den Weg suchen. Oh verdammt. Ich würde an dieser Stelle aber den Part mal beenden. Bevor wir in den Kampf eingehen. Wir beginnen im nächsten Part mit dem Kampf. Mit 30 Minuten mag ich nämlich geknackt gerade. Ja, bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Ja, haut rein. Ja. Ja, wir sind drei Minuten. Mann, gras, theoあーgный период der aufregen acreditation. sausage nicht fliegt. Warum gehen wir nicht mit so einem Neuk slavery? Ja, Diversity gibt uns in 3 Monaten auf damit machen. siendo gilt für Tutorial,